Liebe Geschwister, eine gewaltige Sache. Wenn der Blatt blinkt, starr wird, فَإِذَا بَرِيقَ الْبَسَرُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ Und der Mond sich verdunkelt. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ Und die Sonne und der Mond sich wieder zusammenfinden. Das erste Mal wieder seit ihrer Erschaffung. Das erste Mal wieder seit ihrer Erschaffung. Denn als Allah sie erschaffen hat, waren sie zusammen. Dann sind sie auseinandergegangen. Und Allah bestimmt, was er will. Subhanahu wa ta'ala, am Tage der Auferstehung, wird Allah sie zusammenführen und er wird ihre Lichter hinwegnehmen. So, dass es absolut dunkel sein wird. يَقُولُ الْإِنسَنُ Dann wird der Mensch fragen, أَيْنَ الْمَفَرُ Wohin kann ich flüchten? كَلَّا لا وَزَر Nein. Aber nein. Tausendmal nein. An diesem Tag gibt es keinen Ort, an dem du dich verstecken kannst. Keine Berge, hinter denen du dich verstecken kannst. Nicht unter der Erde. Allah azzawajal, er bestimmt für dich einen geraden Weg. Der Weg zum Versammlungsort. Nackt und barfüßig. Und du wirst ein schwacher Diener sein. Du wirst so vor Allah azzawajal vorgebracht, O Diener Allahs.